Mio hat jetzt Lavendelsirup gemacht. Das finde ich voll spannend. Okay. Ja. Hallo, sind wir schon da? Ich bin ja nach außen umgeknickt, aber der Knöchel tut weh. Der Innere. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also ein Arzt wüsste Bescheid. Ja, ein Arzt wüsste auch, wie er mir die Zeit verschwendet. Setzen Sie sich mal ins Wartezimmer, hören Sie mir mal zu, wie ich die Phrasen sage, die ich immer sage. Aber so Schmerzen werden eher weniger, tendenziell nicht mehr. Ja, schön Arnica drauf. Was ist Arnica? So eine Salbe, pflanzlich. Okay. Das ist kein... Du musst potenzieren so. Ja, nee, kein Großgott-Geschwaller ist das. Ja, sagen es alle immer. Großgott ist übrigens hier die große Instanz für die... Ich sage mal, Waldorf-Muttis vorsichtig. Der Großgott. Kennst du nicht? Der Schulleiter? Nee, keine Ahnung. Ist das schlecht, wenn man schlecht über Ärzte redet, öffentlich? Ärzte? Ha, ist ja keiner. Nö, also wenn das auf Tatsachen beruht, kann man den auch kritisieren, den Arzt. Also der hat schon das eine oder andere Schüssel aus Salz verordnet. Dr. Großgott? Heißt der so? Ich möchte mich jetzt von dem Namen distanzieren. Ich weiß nicht, von wem du redest. Ich kenne den auch nicht. Ich auch nicht. Habe ich mir ausgedacht. Okay. Was ich mir nicht ausgedacht habe, ist, dass viele coole Leute gerade zuhören und sich denken, was labern die denn schon wieder für eine Scheiße? Jede Woche derselbe Scheiß? Ja. Wir sind zurück nach einer... Ich will es mal noch näher ran. Nach sieben Tagen pünktlich. Der Podcast ist zurück der Brennpunkt Internet. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Also fast bestimmt. Ja, also wir sind ja hier so im Verteiler drin, sag ich mal. Genau. Newsletter. Kriegen die Leute auf jeden Fall Benachrichtigungen. Das geht raus bis nach Indien. Ganz viele verschiedene Plattformen. Auch die auf der ISS gerade, die statt einer Woche ein halbes Jahr oben sein müssen. Ja. Auch die können den Podcast empfangen. Und hören den sicherlich auch. Durchhalten, Leute. Durchhalten. Habe ich gestern auch erst ein Foto gesehen. Denen geht es bestimmt nicht so mental, ne? Ach naja, aber die scheinen das mit Humor zu nehmen. Ja. Musste ja. Ja. So wie unseren Podcast. Nur weil das muss, heißt das nicht, dass du es auch machen kannst. Automatisch. Wie dem auch sei, ein saffiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Rollo. Ich dachte an Rutella. Rutella. Ich habe hier Merchandise an, ja. Und T-Nutella. Das ist die Ostvariante. Donatello und Rollo. Jetzt kommt ja auch eine vegane Alternative zu. Also veganes Nutella kommt auf den Markt. Okay. Eine pflanzliche Variante. Ist auch schon da in Frankreich und noch ein paar anderen Ländern, aber hier noch nicht. Ist das official, ja? Ist official. Und ist das auch mal mit Palmöl? Safe. Na klar. Das ist ja hier so die Sache. Das habe ich gesagt, dass ich das mache, aber ich hatte den seitdem nicht so viel an. Nutella ohne Palmöl, aber das ist halt da so drunter geschrieben. Man sieht es jetzt nicht. Ist ja kein Guckradio, weil wir vielleicht mal, könnten eigentlich mal Guckradio machen. Wird ja. Zur Jubiläumsausgabe oder so. Ja, jetzt einfach mal mittendrin die Kamera anschalten. Ich habe ja jetzt wieder eine. Echt, ja? Ja, klar. Ist ja repariert. Ja, erzähl den Leuten nochmal, wie hübsch die sind. Was die Pullis? Nee, die Leute. Achso, ihr seid richtig, richtig schön. Ja, wir sind ja Brennpunkt Internet und wir reden darüber, wie die letzte Woche so gelaufen ist für alle. Und vor allem für uns. Also virale Hits sprechen wir an, die Politik sprechen wir an, Skandale, die erschienen sind und die Einzelheiten unseres Alltags besprechen wir auch. Die Skandale, die erschienen sind, die gehen so auf den Markt raus. Genau. Gucken wir mal, wie die Leute so reinkommen. Die wurden veröffentlicht. Machen wir jetzt echt hier 4K? Oh, ich bin doch gar nicht vorbereitet. Ich sehe ja aus wie ein Schwein. Aber los geht's. Spontane Ideen sind die besten. Ich brauche aber noch kurz. Ich wohne jetzt auch neben dir quasi. Und ich habe jetzt echt nur so Schlumperlook angezogen. Und ich dachte, das ist doch eh zu Hause, wo ich jetzt hier bin. Wo ich hinlaufe. Oh, ja, ist richtig. Es gibt so Menschen in meinem Leben, wo ich echt so einfach so in Scheißhosen kommen kann, wo ich weiß, es ist echt egal. Ja, weil du weißt bei mir, egal wie Scheiße du aussiehst, bei mir ist es noch schlimmer. Ich kann dich nicht unterbieten. Urlaub zu Hause. Ich laufe da auch in die Hose rum bei gewissen Leuten, die mich besuchen. Meine Güte. Ja. Haben sie alles schon gesehen. Die haben auf jeden Fall reichlich Themen mitgebracht. Ja. Das werdet ihr gleich so was von sehen. Aber ich muss hier auf jeden Fall mal noch die Qualität drunter schrauben, weil ich könnte noch vergessen, dass ich für euch hier ein 4K aufnehme. In 8K dachte ich doch, in 16K. So. Jetzt wird es nämlich umformatiert. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich mich hinterm Mikrofon finde. Oh, die Framerate, wie die einfach ein Looping macht. Gibt 16K eigentlich schon? Keine Ahnung. Ah! Das ist halt schön, weil ich muss noch jemand gauen. Ein Jammer, dass wir auch kein Bild hatten dafür. Aber jetzt ungefähr, ja. Hier steht so eine professionelle Empfang, ne, eine Glasflaschenkiste, auf der Robin jetzt hier die Kamera packt und versucht zu organisieren. Ja, ja. Es sieht gut aus. Profiradio. Wir brauchen gar kein Wander, Wii oder Spotify. Wir sind einfach wir selber. Ja. Die Ranz-Studios. Hallo, Leute. Na? Tolle Ranz-Podcasts. Hallo. Hier ist mein Fuß. Sieht man vielleicht nicht. Aber jetzt haben wir ein Guck-Video. Für die Leute, die nicht auf Spotify sind, die können jetzt richtig bei YouTube sich einen reingucken. Ich habe hier so ein Nutella an und da hätte ich gerne ohne Palmöl drunter geschrieben. Habe ich aber bis jetzt nur von gelabert, aber es mangelt bei mir leider auch gerade am Edding. Es ist ja auch so ein Mangelwaren-Pulli, ne? Es ist ja so echt so diese billigste Variante von Klohren. Das ist wirklich die Kinderhände von den chinesischen Kindern mit eingeschmolzen einfach und dann langgezogen. Das ist keine Farbe, das Krone. Das ist irgendwie... Ja, jetzt bin ich gespannt. Was ist es, Tino? Das sind Fäkalien. Ach so. Ich spreche es aus. Na gut. Aber ich habe überhaupt nicht... Ich sehe aus wie hier letztes... Du siehst immer gut aus. Guck doch mal. Du hast hier so einen halben Bären an. Richtig schön. Blaubeeren. Das ist ja Captain-Blaubeer-Pulli hier. Schön. Captain-Blaubeer-Jacke. Ja, lass dich davon gar nicht einschüchtern. Aber vielleicht ist es ja mal ein Ding für die Leute. Ich gucke auch mal, inwiefern das länger dauert, das Video zu rendern. Wahrscheinlich sehr. Ja. Aber dementsprechend... Dreiden, Rändern, Hochladen. Dementsprechend kann man gucken, was ist denn hier. Jetzt wird mir ja was geschickt. Lager. Noch Neuigkeiten? Ja, nee, nichts Neues. Ach so. Naja, wie dem auch sei saftiges Aloha, haben wir gesagt. So sieht es jetzt aus hier. Wir haben unsere Telefone in der Hand und gucken die News, die wir gesammelt haben. Es ist eigentlich das Schlimme im 21. Jahrhundert. Man guckt die ganze Zeit nur aufs Handy. Ist so, ja. Nervlich. Hier im Podcast auch, tatsächlich. Ja. Okay, cool. Was gibt es denn da? Ich sehe hier direkt Sarah Jessica Parker. Da kennst du hier ein Pferd. Genau, für die Leute, die YouTube gucken. Nee, lass jetzt die Bixer da im Guckradio. Die können sich mal ficken, Alter. Also es ging gerade ein Bild viral und sagt von einem, ich habe das Original nicht mehr hier, man sieht es nur so ungefähr hier, kannst du es sehen, wie zwei Menschen sich küssen. Sie sind auf so einem Pferdekarussell und so ein Pferd zieht sich halt ins Bild und guckt halt richtig lustig. Und es wird halt gerade so zum viralen Hit, dass man dieses Karussell pferd. Ja, aber guck mal, es geht ja hier um berühmte Personen, Florence Pugh. Und Andrew Garfield oder was? Genau, aus dem Film We Live in Time. Und jetzt Fotobomb so ein bisschen, dieses Pferd hat dieses, ich weiß nicht, Filmposter. Da hast du ja zu Beginn direkt die Knüller ausgepackt. Ah, okay, das ist witzig. Und die dachten halt irgendwie, ja, das wird keinem auffallen, das Pferd ist crasht. Aber irgendwie nach einem Tag war überall das in aller Munde und wurde gemimt. Es ist halt richtig gut, jetzt haben wir schon ein Video, ja. Ja. Und ich sage trotzdem nur, das ist witzig, aber es wird nicht erklärt, was du weißt. Wir wollen auch, wir wollen auch. Die Leute im Video, die sehen es nicht. Ist auch ein Mystery-Podcast irgendwie. Ja. Jedenfalls photoshoppen die jetzt dieses Pferd halt in verschiedene Bilder rein, hier von irgendwelchen Horrorfilmen, dass das Pferd halt rauskommt, ein Monster und so. Was ist das für ein Horrorfilm? Ich kenne den, ich weiß nicht, wie er heißt. Okay, was passiert da in dem Horrorfilm? Ja, der ist so eine Frau, die reißt den Mund auf, weil sie schreit wahrscheinlich. Jeder Horrorfilm ever. Und hat Messer in der Hand und dann kommt halt dieses Pferd aus der Tür raus, so und hat einen Kopf durchgehauen durch die Tür. Ja. So. Und das passiert in dem Horrorfilm? Genau. So eine Art. Und wie heißt der? Weiß nicht, keine Ahnung. Gibt es auch ein Buch zu? Bibel. Hat Stephen King geschrieben? Es, keine Ahnung. Nee, es habe ich gesehen. Es ist Shining. Ach, Shining, genau. Ja, aber ich finde den nicht gut. Ich mag den nicht. Also, ja, ich kann den ehren dafür, dass er irgendwie eine Atmosphäre hat, aber Halsmaul da passiert doch nichts. Das ist mir zu slow, tut mir leid, diese Stanley Kubrick-Filme, die sind eh nicht meins. Aber die S-Filme sind sehr gut. Ja, ich mag die, die machen mir immer Appetit. Nicht zu vertauschen mit der Variante aus den 30er Jahren, die SS, ne? Ja, die Filme waren noch besser. Nee, ich fand die ein bisschen schwierig, aber S dann war richtig cool. Ja, jedenfalls, dieses Feld kann man jetzt überall rein photoshoppen irgendwie und das lenkt es ein bisschen vom Hauptthema ab, finde ich ganz witzig. Schön. Das ging viral gerade, habe ich bei Taff gesehen, guck. Das ist Taff. Das ist Taff. Die gibt es noch, ja? Ja, ProSieben, na klar. Und die machen jetzt Online-Präsenz. Ach, schon immer. Schon immer. Da habe ich auch noch ein Thema von Taff, wenn wir einmal dabei sind. Und zwar gibt es eine junge Frau. Oh, wollen wir da jetzt schon hingehen, ja? Das ist ein großes Thema. Ach so, dann bin ich dann. Oh, wir können, aber ui. Wir kommen später noch zu einer jungen Person, die hat sich was aufs Gesicht tätowieren lassen und schämt sich jetzt dafür. Machen wir am Ende. Tino steht da. Tino, genau. Dafür schämen sich einige Leute tatsächlich. Weil das Erlebnis, nachdem wir uns getroffen haben, ist immer so bewältigend. Aber nach ein paar Tagen fällt es wieder ab und dann ist es halt irgendwie nicht mehr so schön. Dann später gerne. Voll gerne später. Ja, nee, wir kommen nicht drum rum, diese Woche ein etwas großes Amerika-Segment zu machen. Da ist ja einiges passiert. Das stimmt. Der Debatte folgen zwischen Kamala und Trump. Aber kommen wir gleich dazu. Wir haben noch mal Pipi-Kacka-Themen, wie zum Beispiel hier ein Necado-Avocado. Den kann ich jetzt vorher nicht. Das ist wohl ein Typ, der hat immer so Essensvideos gemacht, wie er riesige Portionen von Spaghetti und Pizza verdrückt und Cola trinkt dabei und immer dicker wurde. Und jetzt ist er wohl ganz schlank. Wow. Ja. Aber hat er auch mal Pause dazwischen gehabt. Scheint so, ja. Scheint so. Ich kann sehen jetzt nicht, aber wie ging dieses Bild viral von wegen, ich küsste aber wie noch einen anderen Mann, der auch ziemlich dick ist. Und jetzt kam er vor ein paar Tagen halt raus, wie er ganz schlank und kurzen Haaren und gesund aussieht. Nicht aussieht wie dieselbe Person. Ja, krass. Cool. Ja, Necado-Avocado. Jetzt war einige, auch so YouTube-Paare, die angefangen haben, sich von der Kamera irgendwie zu filmen, wie sie ganz viel Zeug essen und nicht mehr aufhören können. Und über die Jahre halt immer dicker wurden. Und dass es richtig adipös ist und gesundheitsschädlich ist. Und das ist halt echt so ein Ding, die werden halt reich damit. Aber es bringt mir das reiche und berühmt zu werden, wenn du halt 300 Kilo wiegst und halt mit Herzinfarkt dann irgendwie abtrittst mit Ende 30. Bringt ja auch nix. Na ja. Danke für die Einladung, Robin. Vielen Dank. Bitte schön. Die habe ich dich jetzt richtig auflaufen lassen. Das ist okay. Es gibt da auch noch so einen Trend, aber ich glaube, der ist hoffentlich vorbei. Habe ich vor zwei, drei Jahren mitbekommen, dass da so kleine asiatische Mäuse sich hinsetzen und dann so die widerlichste Scheiße. Und so Käse essen, so die kleinen Mäuse? Ne, die widerlichste Scheiße. Irgendwelche lebenden Tiere und so Oktopoden und sich reinschaufeln und so. Oder Affenschädel aufsägen und dann den Gehirn rausessen, während die Affen noch leben. Gibt es wirklich, liebe Leute. Gibt es wirklich. Ja, auf YouTube glaube ich das hoffentlich nicht, aber halt wirklich nur so widerlichen Dreck in sich reinstopfen und das ist halt, das wollen die Leute sehen. Also da wir jetzt Video haben, vielleicht sollten wir auch anfangen, hier so nebenbei so kleine Tentakel in uns reinzuschieben. Wir haben nichts heute hier rumstehen, sonst ist man manchmal irgendwie irgendwelche Kekse da und so oder dein Pistewasser und so, aber ist hier alles nicht da. Ja, mein Sirup ist alle. Das sind finstere Zeiten. Mio hat jetzt Lavendelsirup gemacht. Das finde ich voll spannend. Okay. Ja. Und wir haben gestern The Circle gesehen, so einen Film. Warte, Moment. Circle oder The Circle? Gibt es verschiedene, ne? Auf Netflix, Leute stehen im Kreis. Genau, das ist das, genau. Ja, okay. Und das fand ich ganz interessant. Ja, ich mag solche Filme. Das hat Leute im Kreis, so 50 Personen, glaube ich, verschiedenen Couleurs, ne? Der ist so ein Armee-Typ. Armee? Na ja, wegen Armee. Wer kommt in meine Armee? Wer kommt in meine Armee? Das war auch ein geiler Slogan für die Bundeswehr, oder? Wer kommt in meine Armee? Oder Olaf Scholz irgendwie oder so? Du, 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 du. Oder der aktuelle Verteidigungsminister. Ist es Pistorius? Ja. Ja. Jedenfalls stehen die im Kreis, ne? Verschiedene Hautfarben, auch eine lesbische Mutter und so und eine Pornodarstellerin und so. Und dann, äh, jede zwei Minuten stirbt jemand von denen und wird abgeschossen von dieser Maschine, die da in der Mitte ist. Und die dürfen sich halt auch nicht bewegen von diesem Kreis weg. Und die können abstimmen mit ihrer Faust, wer als nächstes sterben muss. Wenn sie es nicht machen, dann stirbt jemand zufällig. Das ist so ein Mini-Spoiler, was man schon in den ersten zehn Minuten irgendwie erklärt. Ja. Und dann kommt, äh, ist halt der Fokus des Films, dass man über, äh, dass die Leute besprechen müssen, wer halt als nächstes sterben muss und wer überleben darf am Ende. Da ist eben auch gerne das Kind mit, also Mädchen dabei, die so acht, neun, zehn, keine Ahnung. Die sollte zuerst sterben. Und eine Mutter mit, die halt, äh, hochschwanger ist. Oder das ist ein bisschen das Dilemma, wer soll zuerst sterben? Erst, dann ist es nicht so für die alten Leute und so, dann wird es aber schwierig. Ja. Ja. Vielleicht nicht zu weit vor mir abnehmen, ich habe ihn tatsächlich sogar schon zweimal gesehen und das ist, äh, eine Auszeichnung. Äh, ich mag es halt wie Filme, die nur an einem Ort spielen. Leider gehört da, äh, Mother-Ausrufezeichen auch dazu. Den habe ich jetzt, äh, diese Woche mit Marlene geguckt und meine Güte. Mother? Ja, also ganz, ganz finster habe ich zwei Sterne von fünf gegeben. Oh. Das ist, äh, nichts gewesen. Aber Circle war gut für dich. Circle habe ich, glaube ich, dreieinhalb. Ich kann dir ja direkt meinen Letterboxd-Account mal hier zur, zur Hand. Also müsste eigentlich mindestens drei haben, weil drei heißt für mich, kann ich nochmal gucken. 2,5 war ein solider Film, den ich nicht nochmal sehen muss. Ähm. Ja, ich glaube, Circle muss ich nicht nochmal gucken, weil ich finde... Das dachte ich damals auch, aber dann dachte ich so, ja, wie ist denn das eigentlich genau? Ähm. Aber wenn du den Ausgang kennst, kann es doch nochmal spannend sein, wie manche Leute so reagieren in diesem Kreis. Doch, doch, kann schon sein. Ja, habe ich ihn gar nicht geratet, Alter. Sag mal, dann gebe ich jetzt hier... Oh, 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 oh. Gebe ich jetzt hier... Der hat nur 2,6, aber es tut mir leid. Ich habe da einfach einen Softspot für solche Filme. Ich gebe jetzt hier dreieinhalb Sterne. Das ist wie im Theater quasi, kaum Szenenwechsel, alle sind irgendwie auf der Bühne und spielen miteinander. Es lässt nämlich keinen halben Stern geben. Es schnippt immer... Da guck. So. Dreieinhalb. Circle. Von 2015. Fand ich ganz cool. Filmempfehlung. Oder eine Serienempfehlung bei Prime. Nämlich perfekt verpasst. Es ist eine Serie mit Pastewka und Anke Engelke. Die einen... Also nicht ein Paar. Die spielen halt einen Mann und eine Frau, die sich halt irgendwie nie begegnen. Aber die haben ein ähnliches Umfeld. Und die wollen aber alle irgendwie, dass sie sich kennenlernen und so sagen, ey, ihr müsst euch mal treffen und so. Ihr seid das perfekte Paar. Er ist irgendwie frisch geschieden. Sie schläft noch mit ihrem Ex-Partner und so. Aber eigentlich sind die beiden unzufrieden. Ja, und treffen sie aber irgendwie die ganze Zeit nicht. Und da ist die ganze Zeit so die Spannung darin. Wann treffen sie sich und so. Und warum verpassen sie sich diesmal und so. Das ist ziemlich witzig und cool gemacht. Kann ich empfehlen. Deutsche Comedy, da bin ich ganz vorne mit dabei. Das ist echt gut. Wirklich. Das ist echt gut. Weil die haben es auch selbst geschrieben und so. Und es ist gut gemacht. Aber die haben das auch mal selbst geschrieben. Ja, das machen die nicht immer. So Pastewka und Engelke. Ja. Ja, ich weiß, dass Pastewka immer noch so ein Everybody's Darling in der deutschen Szene ist. Engelke auch? Weiß ich nicht. Ach so, vielleicht vermische ich das ein bisschen mit der Kebekuss, dass da Leute sagen, aha. Die ist vielen zu woke geworden, ja. Ja, aber nicht woke, sondern so, keine Ahnung, das ist ein bisschen anstrengend einfach. Ja, weil sie eine Frau ist, ne? Ja. Die hat einfach so eine hohe Stimme, da kriege ich richtig... Das piepst so im Ohr, ne? Die Flüssigkeit hinter meinem Trommelfell, Alter, die will da direkt Frauen schlagen. Ja. Ihr sollt aufpassen, dass wir hier Podcast erzählen. Okay. Es gibt Leute, die durch einen Podcast ihre Karriere zerstört haben. Ah, ist das zufällig. Wollen wir schon da reinsteigen? Lukas Modric. Lukas Bedolski. Ja. Mockridge. Der ist mal wieder in der Falle getappt, nachdem er schon mal durch Witze über K.O.-Tropfen und so weiter in Verhof geraten ist. Aber erwähnt hatten wir das letzte Woche schon. Genau, haben es angedeutet, aber es gab es nochmal eine Entwicklung in der Richtung. Und zwar, nur noch mal ganz kurz, um es aufzurollen, Luke Mockridge, der Schauspieler, Comedian und so weiter, der hat in einem Podcast sich bemerkbar gemacht mit einem sehr schwarz-humorigen Witz über Menschen mit Behinderung bei den Paralympics und so. Die wollen den Witz mal nicht wiederholen, der ist irgendwie einfach scheiße und hat dadurch jetzt ganz viel Shitstorm abbekommen und seine Tour wurde abgesagt, seine TV-Show wurde gecancelt, wie ich finde, auch mit Recht. Und jetzt gab es noch die neue Entwicklung, dass auch die beiden Podcast-Moderatoren, bei denen er zu Gast war. Ja, der Podcast Die Deutschen. Von Nizar und Chayan. Und da kam jetzt raus, dass sie wohl öfter auf solche Sachen provozieren und produzieren und sie alles so mit ihrem Humor irgendwie entschuldigen und haben ein Statement angekündigt, was sie veröffentlichen wollten. Und erst wirkt es so wie eine abrichtige Entschuldigung, bis sie aber so mehr oder weniger ein Gelächter ausbrechen und sagen, nee, wir entschuldigen uns nicht dafür, wir machen schwarzen Humor. Und dann wird 10 Minuten die Cantel-Culture gebashed, aber ich merke schon, dass wir da trotzdem leicht auseinander gehen, was die Situation angeht. Das ist natürlich irgendwie alles so ein bisschen diddly-diddly-Kinderverhalten in diesem Statement. Aber so ein bisschen out of proportion wurde es schon geblasen, finde ich. Man muss aber dazusehen, dass das nicht Luke Mockridge's erster Skandal ist. Und das wiegt natürlich, weil die im Video so sagen, wegen einem Witz wollt ihr jetzt die Karriere von dem Vereinten vorbeenden? Wann seid ihr glücklich, wenn der sich selbst umbringt? Wenn der alleine in der Gosse liegt und seinen Job verliert? Es ist schon ein Muster bei ihm. Aber ja, also ich sehe es trotzdem, wie gesagt, es ist nicht cool gewesen, aber da das halt so nicht, ich sage mal, nicht so ein geplanter Gag war, wo man wirklich sich hinsetzt und sagt, was mache ich jetzt für einen witzigen Witz? Und dann geht es halt voll in die Hose, sondern dieses aus dem Affekt und so durch die Dynamik der anderen beiden irgendwie hervorgeholt, finde ich, schwächt es das für mich schon ein bisschen ab. Aber es bringt ja den Leuten nichts, die betroffen sind. Nö, also ich kann nicht riechen. Ja. Also wenn ich bei Paralympics am besten riechen mitmachen würde, würde ich verlieren. Das stimmt. Ja. Naja, aber weil du es auch schon angesprochen hast, der Kontext irgendwie wäre wichtig und so und der Ausschnitt wurde ohne Kontext geteilt. Ich finde, es gibt keinen Kontext, der diesen Witz irgendwie in Ordnung macht. Das ist meine Meinung. Ja, aber... Wieso? Jetzt komme ich in die Position, diesen dämlichen Mock-Riss zu verteidigen. Ja. Ja, mach mal. Aber es ist wirklich so... Ich finde einfach, beide Seiten haben etwas überreagiert. Man kann das sehr gerne kritisieren und sagen, das ist echt dumm, aber so den absoluten Satan da draus zu machen, finde ich albern. Genauso finde ich es albern, dass die jetzt seit zwölf Minuten irgendwie rumheulen und auu, auu, auu und das beißt sich ja auch ein bisschen zu sagen, hier, wir machen, wir lassen uns hier nicht reinreden, wir machen hier, ja. Und dann aber zwölf Minuten, auu, das ist alles so schlimm und auu, das ist ja, seid so gemein. Das Witzige wäre da einfach, nichts zu sagen dann, also wenn man ihre Position vertritt und einfach weiterzumachen und nicht dieses Rumgeheule. Deswegen finde ich einfach beide Seiten ein bisschen zu viel, aber ist natürlich trotzdem nicht cool vom Lukas, ja. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich den doof finde. Aber glaubst du, der kommt nochmal zurück, dass er nochmal nach einem halben Jahr kommen kann und sagen kann, ey, ich bin doch euer Luke, ich bin doch sympathisch und mach Witz über Center-Schocks und so in die 90er Jahre. Ja, also das Statement von den Podcast-Leuten wurde ja abgefeiert, also wenn du mal in die Kommentare guckst, da... Ja, von den ihren Fans natürlich, ja. Naja, aber das ist doch das Prinzip, solange du Fans hast, wirst du nicht weg sein. Klar, das sollen sie auch machen, also ich bin ja auch jetzt nicht dafür, dass man jetzt irgendwie, dass die jetzt irgendwie weg sollen oder dass die jetzt nicht wieder auftreten sollen, aber ich finde, die sollten schon mal so ein bisschen hinterfragen, was sie halt da eigentlich fabrizieren in dem Podcast und ich weiß, das sind ja auch verschiedene Meinungen, ne, ich mache über alles Witze und so und das musst du ja auch nicht lustig finden und so, hör einfach nicht hin, es geht halt nicht, ne, also ich könnte jetzt ganz komische Vergleiche bringen und so, du kannst immer einfach nicht hinhören, wenn du Sachen nicht in Ordnung findest, auch irgendwelche ganz schlimmen rassistischen Aussagen, hör doch einfach nicht hin, wenn es denen nicht gefällt, aber das reicht ja nicht, ne, trotzdem verbreitest du ja irgendwelche Stereotype und triss verletzende Aussagen, da kann man eben nicht sagen, hör einfach nicht hin, sondern du machst die Aussagen, ja, und Menschen hören das und es bleibt ja auch bei den Leuten hängen. Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt Stereotype verbreitet wurden, weil Luke Mockridge sagt, man wirft die in Wasser rein oder sowas, also... Naja, aber das ist jetzt vielleicht nicht Klischee, aber das ist auch so eine Suggerierung von wegen, die Leute, die können überhaupt nicht schwimmen und die sind so wenig wert, die werden einfach ins Wasser geschmissen und ertrinken, wer halt als letztes ertrinkt hat gewonnen, das würde mehr suggeriert, dieses irgendwie ablistische Weg mit denen, das ist halt nicht in Ordnung. Also, ich bin schon auch noch weitestgehend dabei zu sagen, es ist auch Ausgrenzung, wenn man keine Jokes über die macht, aber das war halt in dem Sinne einfach nicht so der Joke einfach. Man kann Jokes machen, das weiß ich ja auch, also ich kann dir mal eins erzählen, ich hab mal mit einem, welchen Kontext war das denn, ich glaube im Theater-Musical-Kontext hatte ich einen Kollegen, der war blind und der hat Piano gespielt bei dem Stück und wir sind halt irgendwie rumgefahren, auf so einer Location zum Auftreten, da wurde er am Fenster sitzen irgendwie, der hat gesagt, wieso willst du am Fenster sitzen, es hieß doch eh nichts draußen so und da haben wir auch gelacht oder er meinte irgendwie, er spielt seit 20 Jahren Klavier und ich so, ich weiß noch nicht mal, wie ein Klavier aussieht, willst du mir das vom Klavierspielen erzählen? Da haben wir auch drüber gelacht, weil ich weiß, bei ihm ist es irgendwie okay, er macht die Witze selber und so und das sind keine Witze, die irgendwie ganz krass verletzen, sondern die einfach nur, weiß ich nicht, da ist der Kontext unentscheidend irgendwie, über wen du Witze machst, über jemanden persönlich, wo du weißt, okay, der hat Humor, der macht selber solche Witze und... Du kannst auch Witze über jemanden machen, der keinen Humor hat, also das würde ich jetzt nicht als Faustregel festlegen. Naja, nee, das nicht, aber wo du halt irgendwie weißt, das ist jetzt irgendwie nicht krass, wo es um seine Erwinderung geht und dass er irgendwie nichts wert ist, weißt du, wie irgendwie, du schmeißt die ins Wasser und die ertrinken dann, sondern das andere Kontext hat. Ja, wir können einfach festhalten, das Hauptproblem ist, dass Luke Mockridge einfach nicht witzig ist. Ja, das auch. Wenn er hätte das anders sagen können und dann witzig verpackt und dann gäbe es weniger Skandal, aber es war halt einfach kein Joke, es war einfach nur dumm. Ja, eben, genau. Das ist eh eine individuelle Sache, so was man jetzt irgendwie lustig findet, das verstehe ich auch alles, es gibt keine klaren Grenzen, aber ich glaube, so ein Feingefühl dafür haben, was man irgendwie sagen kann, gerade wenn da drei Typen sitzen in einem Podcast, dann überlege ich mir doch schon mal, was ich für Witze bringe. Weiß ich nicht, das ist, ja, komisch. Lass uns doch nicht zu lange aufhalten mit dieser Larve jetzt, wenn gerade so schlimme Dinge in der Welt passieren. In der kleinen Welt, die wir hier haben im Osten, wir hatten nämlich unser eigenes kleines 9-11, die Carola-Brücke in Dresden, ist zusammengestürzt. Das stimmt, ja, das stimmt. Und da habe ich, als ich obdachlos in Sachsen war, habe ich da noch drunter geschlafen unter der Brücke. Ernsthaft? Wie war das? Die war das. Und jetzt ist die nicht mehr. Ist eingestürzt, ich habe mir vor der Zeit geschlafen wieder. Ja. Was ganz witzig ist, da sind auch so Bahnschienen, die da drüber gehen. Und die sind stabil geblieben. Das heißt, die Brücke ist zusammengebrochen, aber dann hängt da jetzt noch so eine Bahnschiene durch. Und ich habe direkt gesagt, jetzt ist da ein Skater, der da so drüber grindet. Das wäre der Clip des Jahres, Alter. Die Bahnen fällen einfach weiter wahrscheinlich, in der Stille. Wahrscheinlich, ja. Das Ding, egal. Ja, unter dieser Brücke war so ein ganz großes Graffiti, so richtig schlecht geschrieben, irgendwie Marlin und Ronny oder so. Ah, witzig. So zwei Namen. Und das war wahrscheinlich das Graffiti, was diese Brücke zusammengehalten hat, weil das sollte drei Tage vorher haben die angefangen, das zu entfernen. Das war ein tragendes Graffiti. Ja, ist so. Ja, und jetzt wird die vielleicht wieder hergestellt, diese Brücke, in besserem Zustand. Da freue ich mich schon, das nächste Mal drunter zu schlafen. Das freut mich doch. Also ich würde ganz gerne wissen, was jetzt der Grund war, ob die das schon wissen, weil das Brücken einfach so einstürzen, ist jetzt auch nicht normal. Nee. Die werden ja auch geprüft eigentlich normalerweise regelmäßig und dann wird geschätzt, okay, aus dem Material wurden die gebaut in dem Jahr. Man muss gucken, im Jahr 2034 muss man mal gucken, wie stabil es noch ist. Ja. Das scheint gar nicht gelaufen zu sein. Nee, das Problem ist hier bei der Osten. Ach so, Osten. Na gut. Wir haben doch keine Kohle. Stimmt, nicht dafür zumindest. Ja. Nur für Asylbewerberhelme. Hätten wir noch ein paar Bananenkisten gehabt, hätten wir die da so stützend runterstellen können, aber äh, äh. Ja. Aber äh, äh. Vielleicht werden die auch jetzt als Laderampe, äh, verwendet, diese, diese Brückenteile für die Langstrengenraketen, die jetzt nach Russland reinfliegen dürfen. Das wäre gut. Die dürfen ja nicht von uns ausgeschossen werden. Noch nicht. Nee, noch nicht. Aber ich glaube, die Briten waren die Ersten, die jetzt das abgesegnet haben. Ich dachte, du bist da irgendwie drin. Aktuell nicht. Russland interessiert mich halt nicht. So eine Bombe drauf. Russland? Nö. Also nur auf, 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 auf Putins Kopf vielleicht. Na gut. Maximal. Ja, das war jetzt natürlich wieder provokant. Ich habe da aber auch eine persönliche Fede, die mich zu solchen Aussagen hinreißen lässt. Ja, dein, 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 dein Russenhass. Nein, natürlich nicht. Alles ganz liebe Leute. Ähm. Ja, alles. Bis auf die Frau von Donald Trump. Stimmt. Aber die ist doch keine Russin mehr. Das ist nämlich jetzt... Keine Ahnung, was die ist. Man, die ist aus dem Katalog. Ach so. Ist das auch wieder Serietypel? Aus dem Kille-Katalog. Kann sein. Ja, aber wenn es halt die Wahrheit ist, was machen wir denn da? Naja, aber sie ist ja jetzt eine privilegierte Person. Ich glaube, es ist okay. Na gut. Das ist jetzt nicht irgendwie eine arme Frau. Das ist nicht nach unten treten, wenn ich die ehemalige First Lady disse. Ich glaube nicht. Meine Einschätzung. Na gut. Du kommst durch, Robin. Die ist nirgends zu finden. Weit und breit keine Spur von der Dame. Vielleicht hast du genug vom Donny. Und die wird so keinen Bock haben, nochmal irgendwie First Lady sein zu müssen. Die wird safe Kamala Harris wählen. Wahrscheinlich. Stattdessen gibt es nämlich eine neue Schachfigur in diesem Game of Thrones Spiel, was mich so mitreißt seit Jahren. Das ist diese hier. Was würdest du sagen, wie alt die ist? Ähm. Naja, die könnte so 40 sein. 31 ist sie. Die hat nämlich Plastic Surgery par excellence in ihrem Gesicht vollziehen lassen. Und die macht sich an den Donald Trump. Das ist Laura Loomer. Und die ist wirklich, also, die ist die Parodie auf eine, eine geisteskranke Rechtsbubble-Frau. Und die haben was am Laufen so ein bisschen vielleicht? Ja, munkelt man halt. Und sie hat auch mal eine Nacht in Mar-a-Lago verbracht, ja, seine Florida-Residenz. Mhm. Und, ähm, die ist jetzt der Grund, warum sich die Rechten da gerade gegenseitig zerfleischen. Mhm. Weil die schießen gegeneinander. Ist ja gut so. Weil manche von denen finden die tatsächlich doch ein bisschen zu drüber. Die sagt sowas wie, wenn Kamala Harris gewählt wird, dann riecht das weiße Haus nach Curry. Und wenn wir Anfragen haben, dann werden wir nur an ein Callcenter weitergeleitet. Mhm. Weil Kamala ja zur Hälfte indisch ist. Und das ist dann ein Ding. Außerdem, ähm, sollen die ganzen Amerikaner replaced werden von indischen Menschen. Mhm. Also die Great Replacement Theorie auch hier in Full Swing. Klassiker, klassiker. Und, äh, ja, da wird sich auf jeden Fall gut zerfleischt. Das ist sehr, sehr witzig. Ähm, und ich sag, let it be. Lass es einfach passieren. Und die lieben sich jetzt. Ja, weiß man halt nicht. Aber, also ich hab hier so ein Foto vorliegen, wie die ihn anhimmelt. Das sieht schon sehr vertraut aus, wenn du mich fragst. Wir halten es mal in die Kamera rein. In die Kamera, Harris. YouTube Plus Abonnenten. Ja. Ja, deswegen, äh, recherchiert doch selber. Deswegen, äh, kommt es ganz schön ins Schlackern. Und diese Frau war auch an seiner Seite, kurz bevor er auf die Bühne getreten ist, zum vielleicht Thema der Woche, nämlich die TV-Debatte zwischen den beiden. Fast 70 Millionen, äh, Zuschauer. Alleine in, äh, Amiland. Ich weiß nicht, wie viele dann international. Bestimmt dann 200 Millionen oder so. Also ich hab's mir auf jeden Fall auch live angeschaut. Das war ein Ding. Ich sag mal so, der Anfang war sehr holprig für Frau Harris. Mhm. Äh, da hätte ich dann lieber Harrison Ford dort gesehen. Aber ja, stattdessen, ähm, kurzer Exkurs, gab's nur Pierce Brosnan zu sehen. Der hat irgendwie so eine neue Armani-Werbefoto-Scheiße. Und der sieht mit seinen 71 aus. Also ich sag mal, du würdest den wegvernaschen, du. Der ist immer noch hot, glaub ich. Der ist, äh, der ist ein Pierce, du. Also das ist ja nach wie vor mein Bond, ne? Ja, mein auch. Weil das war der, den ich zuerst als Bond kennengelernt habe. Ja. Als ich ein Kind war und die haben so Bond-Trailer gezeigt. Guck dir den nochmal an, Alter. 71. Ich bin, oh, wenn ihr das sehen könntet. Der ist 16, Alter. Egal. Ja, aber ich find jetzt diesen neuen Post nicht. Egal. So, den, den hätte ich da lieber gesehen. Wie bin ich denn jetzt eigentlich von Harrison Ford auf den gekommen? Egal, wir waren beim TV-Duell. Mhm. Äh, Kamala Harris hat direkt die allererste Frage komplett nicht beantwortet. Er hat so ein bisschen auch fast gestottert, so. Ein bisschen gestammelt. Ihren Kontodaten, bitte. Äh, kann ich nicht beantworten. Doppel D. So, und, ähm, dann hat sie sich so nach 10, 20 Minuten gefangen. Und dann war das erstmal erwartbar so von beiden Seiten. Jedoch gab es dann den Moment, wo sie strategisch an einem Punkt, wo sie eigentlich sehr schwach ist, aus amerikanischer Sicht nämlich die Grenze, ja, die Immigration wieder, das leidige Thema. Da hat sie dann plötzlich angefangen von der Crowd Size von Trump zu reden. Mhm. Und man sieht so richtig so einen Moment, wie so, wie so die Augen hochgehen. In dem Moment, wo sie sagt, dass die Leute seine Rallys verlassen, weil sie gelangweilt sind. Mhm. Ja. Und das war der Moment, wo es umgeschiftet ist. Und da hat Trump uns ordentliche Hits beschert ab diesem Moment. Ja, ja. Ja, er hat es gesagt, ähm, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating our pets. In Springfield. Eine kleine, hochgeschaukelte, 95-prozentige Fake-News-Scheiße, die auch wahrscheinlich durch diese Frau nochmal herangetragen wurde, dass haitianische Immigranten in Springfield, Ohio, die Haustiere der Leute essen. In Wahrheit war es so, dass es eine Frau gab, die irgendwie einen Mental Breakdown hatte und eine Katze wohl gegessen hat. Die ist aber auch nicht irgendwie aus Haiti oder sonst was. Und das wurde dann so hochgeschaukelt. Und diese ursprüngliche Frau hat jetzt auch gesagt, ich wollte nie irgendwie Gerüchte verbreiten und so. Hat damit zugegeben, dass halt irgendwie alles Schwachsinn ist. Mhm. Aber das Einzige, was halt stimmt, ist, dass in Haiti irgendwie 5000 oder so neue, äh, nicht in Haiti, in Springfield, haitianische Immigranten sich niedergelassen haben in den letzten Jahren so. Und das geht, das ist eigentlich wahrscheinlich nur eine Abwandlung von dem alten asiatischen Ding. Guck mal, die essen Hunde oder sowas. Wahrscheinlich, ja. Irgendwie nochmal so die Greatest Hits nochmal neu aufgelegt werden. Was aber interessant ist, in Florida gibt es ganze 500.000, nee 300.000, sorry, 5000 da, 300.000 da, ähm, haitianische Immigranten. Und wenn die sagen, also dieser blatant Racism, der hier gerade ausgelebt wird, das ist uns zu hart, dann wird Florida plötzlich zum Swing State. Und wenn Florida verloren wird, dann hat Trump keine Chance mehr. Wie dem auch sei, das Weiteren hat er gesagt, ähm, dass, ah, das hab ich mir jetzt nicht perfekt aufgeschrieben, aber dass die, they trans illegal aliens in prisons oder so, also dass sie irgendwie illegale Einwanderer in Gefängnissen umtransitionen, wie sagt man, dass sie halt eine Transoperation an, also das sind wirklich auch da nochmal alle Greatest Hits der letzten Monate in einem Satz und es ist einfach so, who the fuck cares, also erstens ist es Schwachsinn, zweitens, wenn das so wäre, who the fuck cares, weil den, den, seiner Zielgruppe ist ja egal, was mit den Ausländern Schlimmes passiert, die sollen halt weg so, aber sollen jetzt seine, seine Leute sagen, die Mega-Leute sollen jetzt sagen, oh nein, die armen Migranten werden jetzt, äh, kriegen eine Vagina. Ne, das ist, das ist, glaube ich, das Ding von wegen, dass halt die, die männlichen Migranten in den Gefängnissen, die machen sich zu Frauen, also in ihrer Sprache jetzt mal, ja, und da werden sie wieder entlassen als Frauen und werden dann unsere richtigen Frauen misshandeln und vergewaltigen. Warum müssen die dafür Frauen sein? Weil die damit dann auch in die Umgleitung kommen und so. Achso, na klar. Ja, das ist eher der Fall, glaube ich. Ja, und dann für mich eigentlich der Greatest Hit von allen Sachen, die gesagt wurden bei dieser Debatte. Er wurde gefragt, wie es jetzt ist mit seinem Healthcare-Plan, den er seit neun Jahren vor sich herschiebt und sagt, ich habe da was und er so, ja, wir werden irgendwelche Dinge tun. Und dann fragt die Moderatorin nochmal nach, also um das sicherzustellen, du hast immer noch keinen Plan, Fragezeichen. I have concepts of a plan. So, und das ist, also ich habe keinen Plan, ich habe das Konzept eines Plans. Das ist einfach sehr, sehr großartig. Generell ging es dann natürlich sehr schnell los zu sagen, dass das gegen ihn war, diese ganze Veranstaltung, dass die Moderatoren ihn drei, vier Mal gefact-checkt haben. Die haben unter anderem gesagt, dass es keine Credible Sources gibt, die irgendwie bestätigen, dass da Immigranten Tiere essen oder sowas. Oder dass Kinder nach dem neunten Monat abgetrieben werden oder executed. Das haben sie gefact-checkt und das ist ja wohl eine Frechheit. Das ist absolut biased, dass sie seinen Bullshit nicht stehen lassen. Deswegen hat er hinterher direkt gesagt, ABC, der Sender, von dem das ausging, der sollte doch runtergenommen werden. Der soll sich... Cancel Culture. Schmeißt die Moderator raus. Das ist rigged. Und er muss aber gemerkt haben, dass er die Debatte nicht gewonnen hat, weil er danach selber in den Spin-Room gegangen ist. Der Spin-Room ist hinterher das, wo quasi die ganzen Journalisten warten, um die Story zu spinnen. Dass alle so einen Kreis drehen in dem Raum. Genau. Und das ist sehr ungewöhnlich, dass man da selber hingeht. Aber eine Umfrage... Selbst Fox News, die ja eigentlich immer sein Propagandanetzwerk ist, die haben selbst gesagt, war nicht so geil. Ja. Und bei CNN, die jetzt so mittel sind, seit die von diesem rechten Milliardär gekauft wurden, da haben 63% gesagt, Harris hat gewonnen und 37% haben gesagt, Trump hat gewonnen. Aber man kann sagen, dass der Abstand immer größer wird, oder? Dass Trump schon eher am Ablosen ist, oder? Ja, also es ging die letzten, ich würde sagen, drei Wochen wieder ein bisschen näher zusammen. Gibt es ja die nationalen Umfragen. Der Höhepunkt war, glaube ich, bei 3,8% Abstand. Wobei das der Popular Vote ist. Und eigentlich hast du so, durch dieses Electoral College, hast du so ein 3% negativ oder ein Handicap für die Demokraten. Die müssen quasi plus minus ungefähr 3% mehr Stimmen gesamt haben, um gewinnen zu können. Weil dieses College halt pro Republikaner ausgelegt ist. Ach so. Und jetzt ist es zuletzt bei 2,7% gewesen. Also es ist ein Prozentpunkt zurück. Aber das war halt noch vor der Debatte. Ich denke schon, dass die Debatte da nochmal was geändert hat. Es soll keine zweite Debatte geben, laut Trump. Also dritte für ihn quasi. Und er legt das so aus, ja ja, wenn im Kampfsport Leute irgendwie geschlagen wurden, dann sagen die direkt, ich will eine Revanche, ich will eine Revanche. Aber, also ich habe die geschlagen und die will das jetzt nur. Ich habe gewonnen, warum sollte ich jetzt noch eine zweite Debatte machen? Ich finde, man sollte das verpflichten, dass man irgendwie mindestens 3, 4 Debatten irgendwie im Fernsehen macht vor der Wahl. Und dass sie da so die Wahl haben, die KandidatInnen, das finde ich irgendwie schwierig. Weil wovor hat denn Trump Angst? Wenn er sagt, er gewinnt eh die Debatte, kann er doch sagen, okay, dann nochmal hier, nochmal obendrauf und so. Also vielleicht weiß er insgeheim, dass das nicht so eine gute Delivery war. Das wurde aber trotzdem alles überschattet von einer Childless Cat Lady, nämlich Taylor Swift. Ah. Die hat gesagt, ey, wie viele von euch habe ich natürlich die Debatte verfolgt. Ich kann den Post nochmal rausholen, weil er ist bestimmt jetzt hier... Haben sie sich durch ihren Link nicht um die 300.000 neue... Das war innerhalb von 14 Stunden, also es sind mittlerweile garantiert noch mehr. Das hat jetzt auch 11 Millionen Likes. Hier ist so ein Foto von Taylor Swift mit ihrer Katze. Die sagt, yo, ich habe die Debatte verfolgt und ich bin ganz über... Ich bin beeindruckt von der Wahl von Tim Walz als Vizekandidat, weil der sich für LGBTQ Plus einsetzt und so. Und ich werde die beiden wählen. Wen ihr wählt, das sagt sie explizit, müsst ihr selber entscheiden. Aber ich packe in meine Story mal so einen Link, wie man sich zum Voten registrieren kann. Was halt auch völlig Banane ist, dass man sich erst registrieren muss. Das stimmt. Und sie unterschreibt es mit Taylor Swift, Childless Cat Lady gegen diese, ich sag mal... Diese Minderheitsgruppe wurde ja geschossen vom Vizeanwerber J.D. Vance. Ich habe auch ein Meme gesehen von Kamala Harris, wie sie eine Katze im Kochtopf drin hatte und hat so in die Kamera gelacht. Und ich glaube, so dieses lächerlich machen geht echt auf in den USA. Man merkt es schon sehr stark, dass der Angriff jetzt weniger ist. Oh, Trump ist gefährlich und so, er ist böse. Er zu diesem, das ist ein lächerlicher alter Mann, der nicht ganz bei Sinnen ist. Das geht voll auf und das finde ich gut. Ja. Sollten wir hier auch machen. Ihr gefolgt ist noch Aubrey Plaza, die natürlich irgendwie nicht fast 300 Millionen Follower hat, sondern nur 4,5 Millionen. Aber die hat dann auch so ein Bild gepostet mit so einer Grumpy Cat dazu. Mit so einer Grumpy Cat, oh. Ja. Und hat auch gesagt, Harris Waltz. Also muss man jetzt nicht unbedingt loben, weil Celebrities, ah, was interessiert mich deine Weinung? Das kann schon richtig sein. Aber das, ja, also in dem Fall finde ich das sehr gut, weil es einfach dafür sorgt, dass mehr Leute generell wählen. Genau. Und ich finde, das sollte angestrebt werden, auch wenn die jetzt vielleicht nicht unbedingt meiner Meinung nach wählen. So. Aber ich denke, dass Taylor Swift schon noch ein paar Leute ziehen wird. Klar kann man sagen, es ist schwierig, wenn man seine Meinung nach irgendwelchen Promis ausrichtet. Aber ich glaube gar nicht, dass sie die Meinung so beeinflussen wird, sondern eher den Enthusiasmus wählen zu geben. Doch, ich kann mir schon vorstellen. Also ich muss auch sagen, ich habe auch oft so Künstlerinnen und Künstler dazu bewegt, nachzudenken über viele meiner Thesen, die ich in meiner Jugend hatte. Und wenn die halt eher, meistens eher links waren. Als du meinen Kampf gelesen hast. Als du meinen Kampf gelesen hast. Ja. Richtig krass. Eigentlich hat er recht. Bei irgendwelchen, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Bands, so die Ärzte haben mich auch sehr geprägt, politisch und so weiter. Oder auch andere. Selbst Rammstein hat mich damals geprägt, weil ich ja wusste, dass sie auch aus der linken Ecke kommen und so. Und da hat sie auch Till gelegentlich geäußert, so für Geflüchtete und so weiter. Pro Sackbox. Das damals noch nicht, das kam ja ein paar Jahre später. Aber ich finde schon, dass es guten Einfluss haben kann. Die meisten Promis sind ja auch eher, also würde ich sagen, kommen eher aus einer linkeren Ecke oder sind zumindest gegen Rassismus und so weiter. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn Promis ihre Meinung äußern. Sie sind nicht immer die Experten, muss man auch dazu sagen. Man sollte irgendwie nicht immer inhaltlich auf solche Leute hören. Aber ich finde, wenn die eine Meinung äußern und man hinterfragt das so ein bisschen, dann ist es schon sinnvoll, dass man sich überhaupt mal befasst damit. Deswegen Taylor, Swift, go, mach das mal weiter. Und wenn sie eben dafür sorgt, dass sich junge Leute auch zum Wählen registrieren, haben wir alle gewonnen. Ich habe dann noch gesehen, dass Heino sich pro Trump ausgesprochen hat. Was ist das für eine? Weil die sich einfach ähnlich sehen. Findest du es gut, wenn Celebrities sich äußern? Naja, klar. Also es ist immer gut und wichtig, dass sie das machen. Heinerischer Arier. Man kann ja natürlich der Meinung sein, dass Leute wie Heino irgendwie vielleicht nicht die Meinung haben, die man selber hat. Aber dass sie sich äußern, finde ich ganz gut. Auch für mich, damit ich weiß, wen ich nicht mehr hören muss. Wenn ich mich nicht mehr hören sollte. Ja, dann kommen wir mal noch kurz von Heino weg und zu einem anderen sehr alten Mann, nämlich Joe Biden. Dann können wir nämlich dieses Amerika-Segment mal beenden. Da fassest du ja noch diese Lady mit dem... Ach stimmt, die Lady auch noch, Alter. Ja, aber Joe Biden hatte so einen wholesome Moment. Er hat nämlich so eine rote Make America Great Again Mütze genommen von einem anderen Typen und sich aufgesetzt. Also die wollten quasi so Mützen tauschen. Und es ist wirklich sehr, sehr witzig. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, weil der andere Typ ist halt auch... Ich weiß nicht, ob das im Altenheim ist. Das wirkt, als wäre es im Altenheim. Joe Biden bewegt sich auch ultra langsam, Alter. Wie der die Mütze aufsetzt. Und dann grinst er einfach so nach vorne. Das ist schon süß. Und der andere Typ, von dem die Mütze ist, der halt offensichtlich kein Fan ist, meint so... Na, bist du alt oder was? Willst du meine Unterschrift? Hell no. So, das ist ganz witzig. Und dann nennt er ihn die ganze Zeit Old Fart. Und das ist einfach großartig, wenn du dir vorstellst... Gut, bei Scholz macht diese Vorstellung irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Aber wenn Merkel ist irgendwie im Altenheim irgendwie am Machen und irgendein Typ sagt dann, na du alter Furz. Das ist irgendwie großartig. Oder sie alter Furz. Man weiß ja nicht, ob das jetzt Gesichts ist in den USA. Hab ich gesehen, war ganz witzig. Und sympathisch von beiden. Was nicht so sympathisch ist, ist eine junge Frau, der hat sich nämlich aus Enthusiasmus ganz groß Trump auf die Stirn tätowieren lassen. Eine Frau aus England tatsächlich sogar. und bereut die Aktion jetzt und sammelt aktuell Spenden, damit sie sich das Tattoo entfernen lassen kann. Wow. Ja. Und zwar nach vier Wochen. Stell dir mal bitte vor, dass sie das vielleicht nur aufgemalt hat. Ja, und jetzt quasi Spenden sammelt und die Spenden dann einfach behält. Das wäre auch smart. Ja, es sieht schon echt aus mit den Rötungen rundherum, aber es kann auch sein. Andererseits wäre es halt echt eine gute Verhütungsmethode, ne? Naja, also da kannst du dir auf jeden Fall sparen, sie anzubaggern. Weil du weißt, nee, lieber nicht. Ja. Naja gut, was wir uns nicht sparen sollten, sind die Euros für die PlayStation 5 Pro. Die wurde jetzt angekündigt in einem 10-minütigen Revier-Video, wurde erst mal zwei Minuten gesagt, guck mal, die PlayStation 5 ist ja so geil. Und dann, äh, die PlayStation 5 Pro wird noch so viel geiler. Äh, die wird zwar kein Disclaufwerk haben und auch der separate, äh, Ständer musst du dazu kaufen. Okay. Aber, äh, die ist jetzt schneller bis zu 46% und ist alles gut. Och, Controller kann man nicht dran machen, also ihr müsst das Spiel rein runterladen und euch angucken. Also ich hab ja hier einer stehen, Disclaufwerk ist dran, ist wichtig. Ja, klar, ist wichtig. Die Pro wird das nicht haben und wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ich brauchte jetzt keinen, aber es gibt noch so einen separaten Ständer, damit die überhaupt aufrecht stehen kann. Was, denkst du denn, wird das gute Stück kosten? Wenn du schon so redest, 800? Alter, Tino, du solltest bei Sony arbeiten. Es sind exakt 800. Ach, krass, wusste ich jetzt echt nicht. Ähm, die Leute haben sich ein bisschen aufgeregt, weil die dumm sind. Äh, unten drunter steht nämlich Amerika 700 Dollar, aber diese Preise bei Amerika sind immer ohne die Taxes, die kommen halt hinterher noch drauf, auch im Laden. Ah, das ist halt immer so, dass du nicht den tatsächlichen Preis siehst. Das ist komplett dumm. Also es ist quasi wie, als würden unsere Preise ohne Mehrwertsteuer angezeigt werden. So, egal. Ähm, aber 800 Euro in Deutschland, in der Eurozone und die Leute sind zu Recht komplett auf die Barrikaden gegangen und sagen so ein bisschen, die fehlende Konkurrenz von Microsoft aktuell ist nicht gut, sag ich mal, weil das ist wirklich kackend reist. Aber Xbox ist auch ein Konkurrent, oder? Ja, aber die sind halt nicht mehr so involviert in diesem Ganzen. Die sind ein bisschen, ein paar Steps zurückgegangen und Sony dominiert ein bisschen und da werden die frech. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar so von der Hardware irgendwie ein plausibler Preis ist, sag ich mal. Aber dann, wer braucht das? So, da kannst du eigentlich wirklich gleich ein PC kaufen. Ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass das Hardware so teuer ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass dir ein Einkaufspreis vielleicht so ein Hunderter kostet, wenn du behauptest. Und der Rest ist ja dann wahrscheinlich so Vertriebskosten und so. Ja, weiß ich nicht. Also da ist irgendwie eine neue, krasse Technik drin. Fragt mich nicht. Ich kenne mich nicht. Ja, so der Scheiße. Irgendwas Neues. Der hat nämlich jetzt auch statt diesem einen Streifen drei Streifen. Mhm. Und nee, aber irgendwas Neues ist da drin, was Dinge und Raytracing und andere technische Begriffe. Ja, aber es macht jetzt quasi den PlayStation 5 normalen. Also es gibt ja immer den Performance Modus und den Grafik Modus sozusagen, dass es einmal flüssig läuft und einmal besonders hoch aufgelöst ist. Und das soll halt jetzt quasi der Grafik Modus in flüssig wird mit der PlayStation gemacht. Aber ey, es ist wirklich. Also gut, wenn man natürlich hier so ein 16K Fernseher hat, sieht man schon Unterschiede, aber mit der Röhre, die ich hier stehen habe, macht das keinen Unterschied. Ich denke trotzdem, dass Konsolen oder Spiele ohne CDs oder wie auch immer man das nennen will, ohne Discs die Zukunft sind. Also ich glaube, dass wir irgendwann gar keine Spiele mehr kaufen werden im Laden. Ja. Weil das ist ja bei CDs auch schon so und bei Filmen. Für mich ist es halt... Also bei Musik und bei Filmen. Guck mal, ich habe dann hier so fünf Spiele stehen, die alle auch irgendwie zwei, drei Stunden reingesteckt werden können. Dann kann ich die auch gerne als CD haben. Also ich habe hier eine große Sammlung. Wir haben jetzt ein Video, aber ich bin zu faul, euch das zu zeigen. Tut mir leid. Oder obwohl eigentlich... Ah, fuck. Eigentlich müsste man es mal machen. Aber ich habe hier eine große Sammlung. Ja. Und das ist halt alles aus der Playstation 2 Ära. Den Fuß hier beanspruchen und dann rumheulen können. Au, mein Fuß. Das ist ja nur aus der Playstation 2 und 3 und vielleicht ein bisschen auch 4 Ära. Ja. Aber das wird mit der 5 Ära nicht so sein. Und da kann man ruhig mal da unten so, weißt du, für die fünf Dinger kann man ruhig mal ein CD-Laufwerk haben. Klar ist es cooler, wenn du dann die CDs oder diese Hüllen in deinem Regal hast, aber es wird aussterben. Das ist bei CDs ja auch, bei Musik auch so gewesen, bei Filmen. Beiden wird aussterben? Beiden wird aussterben. Na gut. Meine Meinung. Ich meine, diese ganze Steam und Gestreamer und so weiter, das ist einfach das Ding. Deswegen finde ich es nicht so schlimm, wenn es ausstirbt. Das ist, glaube ich, einfach der Lauf der Zeit. Auch wenn ich es eigentlich nicht schön finde, aber so ist das. Was auch so ist, ist, dass 50 Minuten Crimson Desert veröffentlicht wurden. Haben wir noch, sind wir selbst bei 50 Minuten oder? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ja, schade. Ja, aber ich will ganz kurz zubereden, weil Crimson Desert ist auch so ein Game, was irgendwie vor 4 Jahren, glaube ich, das erste Mal mit einem Trailer angeteasert wurde. Und eins von diesen Spielen, wo man sagt, Alter, das kann nicht wahr sein, wenn das da alles drin ist. Das ist ja insane. Das ist so eine Mischung aus Assassin's Creed, Dragon's Dogma, GTA im Mittelalter, Zelda Breath of the Breath. Diese ganzen Open-World-Games, steckt da alles mit drin. Du kannst mit dem Pferd driften. Okay. Ja. Du kannst auch auftunen und lackieren und Spoiler dran machen. So ganz viele kleine, so wie bei Assassin's Creed, die Wand hochrennen und die Umgebung zerstören, sodass du, wenn du irgendwo lang hackst und da sind, keine Ahnung, so Zweige oder irgendwie so ein Feld, dann wird das da auch perfekt physisch zertrennt und so. Und alle so, nee, Alter, das kann nicht sein, dass das so ein Ding ist. Das Team hat sonst nur irgendwas, Black Desert Online hat das gemacht, glaube ich, so ein MMO oder so. Und ich glaube sonst nichts weiter. Und jetzt sind die ersten 50 Minuten veröffentlicht. Und das zeugt schon von viel Selbstvertrauen, finde ich, wenn die das machen. Deswegen bin ich weiter positiv vorsichtig gehypt drauf. Weil das könnte schon mein Game werden. Das einzige Problem, was ich habe, dass man halt eine feste Figur spielt. Ich hätte da sehr gerne meine eigene erstellt. Das ist für mich ein großer Punkt bei Dragon's Dogma auch. Aber das sieht schon einfach sehr, sehr dick aus. Also wirklich auch dieses typische, was man von Zelda kennt, aus so einer fliegenden Insel runterfallen. Und dann einfach, wie bei GTA, flüssig, schön Fallschirm mäßig quasi. Das ist cool. Nur, dass der keinen Fallschirm hat, sondern irgendwie so, weiß ich nicht, der verwandelt sich so ein bisschen in so einen Schattengeflatter, keine Ahnung. Ja, und so ein Mittelalter-Fantasy-Setting, krasses Kampfsystem. Die Leute, die das gespielt haben, waren auch ziemlich angetan davon. Also, das ist nicht so mein Setting. Ich mag eher so moderne Spiele, die so in der Jetzt-Zeit spielen. Ich finde Zukunft und Vergangenheit in so Spielen immer langweilig. Aber Fantasy. Das ist ja Fantasy. Mit riesigen Monstern, auf die man draufklettern kann. Nicht mein Ding. Ach, Tino. Fantasy, Drachen, Monster, Orcs. Ich fand halt schon immer geil, wenn du in Spielen Minispiele hast. Und das macht so viel, um die Welt nicht so leer zu machen. Ich nehme mal das Beispiel von Far Cry 3. Ja, das war das mit Wars. Was ich sehr, sehr gerne gezockt habe. Und sobald die Main-Story vorbei war, habe ich so ein ekelhaftes, wie so ein Magengrummel. Einfach so ein Ziehen im Magen. Weil mir klar wird, wie leer diese Welt ist. So richtig so ein Gefühl von Einsamkeit fast. Und das hat man halt nicht bei sowas wie San Andreas, weil du an jeder Ecke irgendwas machen kannst. Und so eine Art von Spielen mit Dragon's Dogma-Nähe, fände ich super geil. Deswegen, toi, toi, toi. Die ersten 50 Minuten habe ich mir nicht komplett angeguckt. Ich will ja auch nicht komplett gespoilert werden. Aber ja, also das sieht schon nach was aus. Freue ich mich drauf, wenn du dann davon erzählst. Ja. Schön. Wie viele Stunden du dann hier sitzt und so und... Alle. Ich hätte noch eine witzige Meldung, die schon in die Oase reingepackt hat. Buche Stadt Heimat. In dem man sich einkaufen kann, in der Telegram-Oase. Denn die Stadt Mannheim hat ein Bau-Fail hinter sich. Denn die wollten vier Gebäude aufstellen, die im Panorama quasi das Wort Home beschreiben. Aber jetzt ist der Investor abgesprungen für das M. Jetzt gibt es ein Bild davon, wie halt jetzt in Mannheim steht Ho. Ja. Das finde ich mega nützlich. Ho heißt zum einen Hake, glaube ich, oder Rechen oder sowas. Aber auch Hure. Hure, genau. Ich hätte einen Gegenvorschlag einfach, um das zu retten. Du sagst, ey, McDonald's, kommt doch mal her und baut hier eine besonders große Filiale. Achso, ja, stimmt. Mit einem ganz großen gelben M, um es auszutauschen. Ja. Fall gelöst, Robin. Ja. Und die müssen keinen Cent bezahlen, weil McDonald's bezahlt das schön und profitiert mal von der Cross-Promo. Mhm. Also, fragt doch mich. Macht das. Hier, Pimmel. Meckes, wendet euch mal an Mannheim und das klappt dann schon. Und noch eine ganz kurze AfD-News, um den nicht herauszulassen. Jetzt ist ein gewisser Erik Ahrens dabei aufgeflogen, wie er auf TikTok und Twitter und so weiter Fake-Videos erstellt hat. Überraschung. Denn die AfD hat irgendwelche Videos genommen von irgendwelchen jungen Mädchen weltweit, wie sie irgendwelche Tänzer aufführen. Geil. Und haben dazu halt rassistische oder Ausländer raus, wie Songs drunter gelegt, damit es so aussieht. Jetzt würden diese jungen Mädchen sich für die AfD positionieren und würden halt zu diesen Songs tanzen. Aber es sind alles Fakes gewesen und es kam jetzt raus. Ja, dahingehend habe ich auch was Witziges gelesen. Wahrscheinlich war das gar nicht so gemeint, aber ich fasse das so auf, dass es quasi gegen die Leute ist, die das Lied mitsingen mit dem falschen Text. Und zwar Rauchmelder aus. Ah. Dass quasi die Leute, die das mitsingen, bitte in ihrer Wohnung verbrennen sollen. Ja, witzig. Na ja. Rauchmelder aus. Rauchmelder aus. Ihr dummen Schweine macht euren Rauchmelder aus. Was weiß ich. Ja. Finde ich gut. Ja. Schönes Lied. Bessere Variante halt als das andere. Gut. Mehr News hätte ich gar nicht jetzt. Habe ich nicht mitgebracht. Ja. Gar kein Problem. Ich habe ja noch eine. Erzähl. Tino ist der geilste Mensch der Welt, steht hier. Oh, keine Fake News, Robin. Keine Fake News. James Earl Jones. Der ist verstorben. Weißt du, was er sagt? Tino, ich bin ein toter Vater. Ich war dein Vater. Würde er jetzt sagen. Der ist gestorben. Das ist die englische Stimme von Darth Vader. Ja, nicht nur. Unter anderem. Wer noch? Tja, Tino Mufasa zum Beispiel. Ah, wusste ich nicht. Tja. Jetzt weißt du es. Gut zu wissen. Ja, der hat viele ikonische Rollen gespielt, auch als Person. Klo-Rollen. Ich glaube, der war auch der Vater von Eddie Murphy bei Coming to America. Also hier der Prinz aus Zamunda, falls dir das was sagt. Nee. Vielleicht enttäusche ich mich da auch, aber ich glaube, der war das auch. Ansonsten bin ich halt rassistisch. Mir ist scheißegal. Hallo, liebe Leute. Das war der Brennpunkt. Wir geben eine Zahl für diese Woche. Aus hohes, oder? Ich finde, die Debatte war schon stark. Die Debatte hat mich auf jeden Fall ins Schlackern gebracht, ja. Oder hat so ein All-Time-Meme rausgehauen von wegen, sie essen unsere Katzen und Runde, unsere Haustiere. Also wir haben das Konzept eines Podcasts hier. Ja. Finde ich ja persönlich noch besser. Ja. Ja. Boah, 7,5. Aber höher könnte ich, glaube ich, nicht gehen. Weil es ist halt trotzdem nur zwei Leute reden. Der Luke Mockridge-Skandal in dem Podcast. Das ist also ein scheiß Gesicht zu machen, der Wichser. Ja, aber es war wieder eine virale News, muss man sagen. Ich werde sagen, wir nehmen den Luke Mockridge, hacken dem die Beine und die Arme ab und dann werfen wir den ins Wasser. Und wenn er dann einen witzigen Witz macht, dann gewinnt er die Paralubics. Okay. Dann 7,5. Und wir haben auch noch eine Spotify-Playlist hier im Podcast. Die nennt sich Brennholz-Untermusik. Die ist nur bei Spotify zu finden. Dann machen wir Songs rein, die uns die Woche gefallen haben und die wir gerne hören. Die Leute, die das Video gerade gucken, die sind genau richtig, weil die müssen nur unter das Video gucken, in die Beschreibung klicken und dann sehen sie den Link dorthin. Und ich möchte bitte, dass ein weiterer Song von Kari Kari da eingesetzt wird. Denn diese Band werde ich jetzt am Wochenende sehen. Wo, wo denn? In... Penis. Ah, krass. Nicht, dass Leute da noch hinkommen. Ach so, das geht gar nicht. In Wien spielen die. Aber wenn du jetzt sagst, am Wochenende, wenn die spielen, dann werden die gucken, wo spielen die, dann gehen die dann einfach da hin. Nein, das ist ein Undercover-Konzert. Ach so. Wie dem auch sei. Machen die sowas, ja? Na klar, cool. Ja. Welcher Song ist es denn? Also Around the Band wäre zum Beispiel was ganz Entspanntes. Ja. Vielleicht auch mal, weil ich bin hier eigentlich immer nur so Brecher am Einordnen, die irgendwie richtig straff nach vorne gehen. Aber wir können ja auch mal irgendwie einen catchy, flowigen, ruhigen Song reinmachen. Können wir gerne so machen. Ich habe auch schon einen Song reingetan, bevor ich hierher gelaufen bin. Nämlich, der auch so ein bisschen die Woche zusammenfasst für mich. Ich muss nur gucken, wie der Künstler heißt. Wenn der Podcast online ist, habe ich den ja eh schon gesehen. Das stimmt. Ja. Ist ja heute Abend, ne? Ja. Heute Abend in Erfurt. Nämlich Eating the Cats, Donald Trump Remix von The Kiffness. Finde ich großartig. Ah, das habe ich auch gesehen. Ja. Das ist auch ein entspannter Song, aber ja. Ist ein Ohrwurm. Ja. Dann mal entspannt als Wochenende. Nee, in die Woche vor euch, liebe Leute. Ja. Ja. Das ist jetzt schön. Luisa Jonas, aufstehen langsam, ne? Aufwachen. Ja, Jonas, vor allem gute Besserung, du hässlicher Moff. Das ist immer noch krank. Ja, das soll immer gesund werden, der Spacko. Ach, scheiße, scheiße. Alle, die jetzt gerade Corona haben, werden gesund, weil ich habe auch gerade eine kleine Welle in meinem Umfeld, die Corona haben. Ja, lieber Carola haben, also diese Brücke. Das stimmt. Die eingestürzt ist wenigstens. Aber nur eine Hälfte. Corona noch nicht. So wie bei Corona stürzt ja auch nur ein Lungenflügel ein oder so. Das stimmt. Und jetzt ist auch ein halber eingestürzt. Naja, gut. Ich würde sagen, wascht euch. Bis nächste Woche. Leute, ohne Scheiß, ich komme heute zum ersten Mal hierhin, ohne mir was zu überlegen, wie ich aussehen will. Sag mal, du hast hier deine, selbst deine Trainingshose sieht aus wie eine Anzugshose. Du beschwerst dich nur. Naja, komm, und ich habe meine Haare nicht gemacht. Heute machen wir eine Kamera an. Ist egal. Für euch, liebe Leute, geben wir alles. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.